Hi, hier ist Gerd von Curved und wie ihr wisst, hatten wir ein tolles technisches Jahr. 2014 war voller spannender Produkte. Welches waren? Wir haben es zusammengestellt. Wir haben verschiedene Jahresrückblicke für euch gedreht und zeigen sie hier nochmal. Schuh und ich haben zusammengesessen und die Gadgets des Jahres vorgestellt. Welche haben uns besonders interessiert? Welche fanden wir spannend? Welche wollten wir unbedingt nicht mehr aus der Hand nehmen? All das steht ihr in diesem Video da oben. Dann haben wir uns über die Smartphones des Jahres unterhalten. Amir und Felix haben gesagt, welches ist das geilste Smartphone gewesen, welches ist nicht so cool gewesen und die haben ihre Favoriten mal vorgestellt. Schuh und Arme wiederum haben die Tablets des Jahres vorgestellt. Also welches Gerät ist geil? Ist das iPad oder ein anderes Android-Tablet eine aussterbende Gattung? Gibt es bald keine Tablets mehr? Und wenn ja, welche? Auch das sagen sie in ihrem Video. Schuh und Jan wiederum haben sich um Wearables gekümmert und zwar Smartbands und Smartwatches. All die haben sie sich um die Arme gewickelt und haben gesagt, welche haben wir in diesem Jahr gesehen und welche sehen wir wahrscheinlich im nächsten Jahr. Nils und ich wiederum haben uns über Unternehmen unterhalten, über die wichtigsten Unternehmen des Jahres. Natürlich Apple, Samsung, Google, Facebook, aber auch Microsoft. Welches Unternehmen war in diesem Jahr top? Welches eher flop? Und zu guter Letzt haben wir uns über Betriebssysteme, über mobile Betriebssysteme unterhalten. Schuh, Arme und ich haben uns über iOS, Android und Windows Phone ausgetauscht. Auch da, welches Betriebssystem war das top System des Jahres, welches eher flop? Und auch da, was erwartet uns nächstes Jahr? Was erwartet ihr nächstes Jahr? Kommt wieder, ihr werdet es sehen. Bis bald hier in diesem Kanal.